Wie man 1990 gearbeitet hat und wie man heute arbeitet. Boah, ich muss jeden Tag eine Stunde hin und zurück in die Arbeit fahren. Ey, so entspannt, dass ich Homeoffice machen kann. Boah, ey, immer noch eine Stunde bis Feierabend. Ey, so geil, wie das Projekt gelaufen ist, da hat sich die Arbeit gelohnt. Boah, ich hab hier von allen im Büro echt den beschissensten Arbeitsplatz. Ey, so nice, dass ich mir jeden Tag aussuchen kann, wo ich sitzen will. Boah, ich muss mich beeilen, in fünf Stunden ist der Termin. Ey, so chillig, dass ich mich per Videocall einfach fünf Sekunden vorher einwählen kann. Wenn du in 2023 ankommen willst, dann check unbedingt mal die Firma Henkel ab, die nämlich all das bietet und bewirbt dich.